Ich bin tot, ich bin tot. Ist er jetzt tot oder nicht? Oder was ist denn jetzt los eigentlich? Mein Gott. Der Bieder. Der Bieder. Der Hauptbieder. Der Bieder, der Bieder. Der Bieder. Aber Ethan, bist du sicher von diesem? Dein Körper ist, naja... ...zauber. Ja, ich glaube. Ja. Ja. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Wer oder was bist du? Und das war deine Antwort jetzt drauf oder was? Ich bin dumm. Ich bin dumm. Herr Winters. Ich bin froh, dass du nicht zurückkehren zu deinem alten Welt mehr. Du bist bereit? Ja. Ja. Ich muss da sein. Ja. Gut, ne? Ich muss gehen. Okay. Okay. Mein Tad, ich bin krippling in Depression. Das ist der Piece of Garbage. Okay. Bieder. Servus. Warte mal, Bieder. Hast du vielleicht mehr für mich? Natürlich. Sag mal. Tatsächlich. Er gönnt tatsächlich vor dem Endlos-Fighten. Um Emulsion. Hast du schon? Yes. I can see why you'd be interested in that. I can see... Was? Da. Alles mit. Keine Ahnung. Pistol. Für V61 Custom. Nee. Die kostet 65.000 zum Upgrade? Was zum Teufel. Was für ein Pferd ist das eigentlich? Das ist schaffend, Bieder sein Wagen zu ziehen. Dämonenpferd? Keine Ahnung. Verkauf alles, please. Amat Victoria Korra. Verkauf doch jetzt nicht alles. Also Waffen nehm ich schon noch mit. Oder? Das wär doof. Ach so. Okay, okay. Boah, ich würd den Streitkommen gern selber benutzen eigentlich. Mein Gott. Ja, dann schmeißen wir das auch raus. Das und das. 3.000 für kubanische Zigarre? Okay. Der Hammer. Okay. Da ging was. Da ging was. Da ging was, sag ich. Ähm. Ja. Voll, oder? One moment please. Wie Upgrade die jetzt? Warten wir? 100k? Das geht nur, oder? Bei jetzt. Scheiße, die geht nur, mei. Verdammt. 130k? Kann ich mir das leisten? Hot Top Donations kommen wohl schon rein. Ja klar, ey. Flur. Ne? Ist ja wohl klar. Bald steht's Donation Goal. Oder Sub Goal. Oder was auch immer für Goal. Und dann. Wenn das dann voll ist. Dann mach mal. Ne? Verstehst? Genau. Sniper. Soll ich Sniper Upgrade? Die ist günstig. Ja, aber wobei. Warte mal. Ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt Money für die hab. Ja, bitte. Hört mich auf. Äh. Ja, das hab ich immer gedacht, ne? Hm? Was ist denn, liegt da noch irgendwas rum? Ja, das ist natürlich jetzt wieder ganz toll, ne? Jetzt hab ich die geile Pistole abgegradet und hab gar Munition dafür. Und der B, der gönnt nicht. Das ist nix. Ja, aber dann ist es wurscht. Wass mal, was ich beschreiben jetzt kurz. Dann. Vielleicht finden wir ja doch nur Munition. Wer weiß das schon. Dann machen wir zumindest 130. Dann hab ich nur... Oh, wie das geht, oder? Onlyfans. Das ist genau so nämlich. Hot-Dub-Stream Onlyfans. Da sind wir voll dabei dann. Ne? Voll. So. Muss passen jetzt. This may be our last meeting. Be sure you have all. It was truly a pleasure doing business with you. Okay. Ich würde gern sprinten, aber ja, ich darf nicht. Okay. Sehr gut. Uh, warte mal. Vielleicht. Da war Kiste. Schatulle-Gedöns. Und sie ist weg. Okay. Oder vielleicht war die hier. Nope. Ja, den Rest schauen wir später. Keine Ahnung. So. Auf geht's. Wo ist denn die Alte jetzt? Aber die, die Bäume haben auch nur drei Frames, ne? Danke für ihn. Nee. Nee. Ich verschwende doch jetzt nicht mein Muni an dir. Ich glaube ich spinne. Nee. Jetzt überhaupt nicht einer. Du wüsst dich. Ja. Ich muss weiter gehen. So weit, Kimse. Ich kaufe ein Bäder-Ei und dann droppen hier vier Zombies runter. Hast du verpasst? Ja. Vierten Endboss. Und alles hervor und danach. Aber das ist jetzt die Endboss Bitch. Und sie hat es gerade mehr Kinder wieder gespawnt sind. Wobei es eigentlich jetzt ihrs ist. Ja, besser ist das. Rose! Nimm doch mal ja gescheit die Waffen her. Interessant. Dein Körper ist sicherlich normal. Gib Rose zu mir! Jetzt! Du wirst es sehen. Als ich dich richtig töte... Ich meine... Geh sie jetzt! Zunehmlich! Zunehmlich! Ist mir doch wurscht. Und du versuchst es weg von mir! Ich werde das, was zu tun ist. Ich werde das, was zu tun ist. Mr. Winters! Ich werde jetzt mal schauen, wo die überhaupt so Schwachstelle haltet oder so. Ich schieße sie einfach die ganzen Kopf oder irgendwann geht sie schon. Ja, warte mal kurz. Die spawnen kurz Bäume. Let's go! Ich spuck Feuer! Ja, wieder dachte. Was ist jetzt los? Wo bist du überhaupt? Stopp! Kriegt ihr eigentlich immer einen Image oder so? Ja, oder? Warte mal kurz. Warte mal, warte mal. Ich werde wunderschöne Kinder nehmen. Du verstehst, das Liebe von einem Kind oder einem Kind. Also ein bisschen Schaden haben wir ja schon gemacht, oder? Ja, der ist ja noch böse als davor. Warum kannst du nicht wissen, Rose ist mein Gott. Hör! Hör! Und diese Spinne. Na klar. Wo bist du denn überhaupt? Ich hab nix mehr zum Heilen, man. Natürlich kann ich ja nix mehr herstellen. Weil der B da einfach kurz Zeit verkauft, ne? Ich hab nie einen Menschen gesehen, ohne uns. Ja, wow. Ja, wow. Es ist doch dann ziemlich geil, wenn du zum Endboss kommst mit einem Heiltrank. So, was zum Teufel. Okay. Der Unterhaltskrieg. Und Sorgerecht. Und Sorgerecht. Oh mein Gott, ey. Je, was soll denn das? Also irgendwie... Weiß ich nicht. Mir fehlt immer irgendwas anders mit dem Dings. Für die überhaupt, Komuni. Für die auch nicht. Für die auch nicht. Ja. Ja. Okay. Ja, es kommt. Haben wir doch ein Stück gesehen. Wir gehen jetzt direkt rein mit der Shotgun, oder? Jawohl. Ja. Das war gar nicht ein bisschen schlau, ne? Ja. Das war gar nicht ein bisschen schlau, ne? Ja. 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 Ey, lauf doch vor dir weg. Ja. 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 Wie soll man das eigentlich dodgen vor ihr, ne? Ja. Ja. Das ist heute ja wundervoll, ne? Weil, was machst du jetzt? Das ist die Frage. Wenn nichts herstellen und die gibt man gleich wieder, ne? Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ja. Was ist nix, ne? Ich spring jetzt wieder irgendwo runter und ich sehe es nicht. Ja, wow. Grüße. Ja, das kann, weiß ich nicht, das kann dauern. Das kann dauern, ne? Der hat mich ungefähr niemals hitten lassen, so. Das ist halt das Ding. Warte mal. Die Feuerer, der macht mir immer wahnsinnig, ne? Hehehe. Ah, jetzt keine W-Fahrse schon. Schau. Aber ich weiß nicht, ob das besser ist, wenn die außen rennen oder in der Mitte, aber... Scheinbar ist das schon nicht schlecht, wenn die wegrennen, oder? Ich sprint weg 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 weg. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Sprint, 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 sprint. Zeig die, zeig deinen Kopf. Ich habe ihn in den Kopf gequickscoped, weil ich kann was. Ah, fuck. Das war doch nicht. Ich bin der Adler, hallo. Oh. After all, everyone dies. Ich bin der Adler, hallo. Ich bin der Adler, hallo. Ich bin der Adler, hallo. Das? Nein. Hör mir auch in den Krampf. Oder so wie... Da ist aber gut, komm, halt der Maul. Ja, klar. Also war ganz nett, ne? Ich wollte eh nix sehen, das passt. So, jetzt hören wir mal kurz auf zum Schreien, gell? Reicht schon wieder. Wir fassen keine Shotgun, wohl nicht mehr. Ich denke... Ich denke... Oh, sie ist Schreier-Drecksspinne, mein Gott! She's my goddamn daughter! You psycho! Sprint, 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 Sprint! Your life is over, Mr. Why do you still fight? Jetzt kannst du dir wahrnehmen entscheiden, was jetzt da will, ne? Ah, ich komm mal nicht, wie ich weiß. Fuck. Leih heilen? Ja oder? Ich glaube, er war Flinten-Munition, aber ich seh's leider nicht. Blöd. Hat er ungerollt. Ich kann dich nicht auf den Rest. Nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. Nicht hauen, hab ich gesagt! Die kann sich entscheiden, ne? Die kann sich entscheiden, ne? Ich will meine Daughter zurücknehmen! Don't resist. Ich resiste. Ich resiste. Vielleicht... Komm schon, ja. Your time is up! Now die! Äh, wo soll hinlaufen? Hier, 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 so, so. Ja, oder? Why? Why won't you die? I can take any form my desire. Vielleicht nimmst du einfach mit keine Form mehr. Das wär echt super... Geil. Fuck, man. Die Die Skript einfach, ne? Das ist brutal. Auf... I'll take wonderful care, little Rose. Oh, ab jetzt. Kommt. Die trifft die schon, oder? Eigentlich. Ja, warte. Ihr hört mich kurz starten, passt schon. Boah, du Mistviech, echt. Ja, ich bin halt jetzt einfach dead, ne? Weil ich nicht mehr laufen kann. Schlecht. Ja, was soll's denn machen, wenn die fucking Area da bloß 2,1 Meter groß ist? Mein Gott, ja. Ja, aber jetzt, keine Ahnung, 20 Minuten Bossfight mit einem Heiltrank, oder was? Das ist doch Bullshit, Mann. Das ist doch Bullshit. Ach, mein Gott. Knickers, ja. Weiß ich nicht. Die haben alle schon wieder so unnormal für Leben einfach, die Bosse. Mein Gott, ey. Wo steht für... ja. Und der Neustart. Und der Neustart. Das ist eine große Verbreitung. Vielleicht geht's. Ich bin mal okay. Die sind zehn Mal. Ich bin einiges wachsend. Ich hätte alle in meinen, die Menschen in die Zeit genommen gewinnen. Ich bin... und das alles geht. Jetzt ist er schwingend hoch, hm? Jetzt braucht's wieder ewig, aber sonst One-Shot ich mich fast, ne? Kann ich das vielleicht... Kann man das vielleicht anschießen, dass es mehr Schaden kriegt oder so? Oder überhaupt Schaden kriegt? Hier komme ich! Wie glücklich du bist, um zu sterben! Ach so, ich kann dann ganz vorne starten oder was? Na gut, aber ändert ja nichts, ne? Also dann startet ihr ganz unten und nicht vor dem Tor im Endeffekt, aber das bringt mir ja gar nichts. Also wenn es genauso läuft wie vor... Ja, ich hab ja alles an Munition und Heiltränken und alles rausgekauft vorhin schon. Ne? Der hat halt nur immer einen Heiltrank. Keine Ahnung. Er ist halt frech irgendwie. Weiß ich nicht. Schwierig. Ganz, ganz schwierig hier. Sonst auch nicht mehr, ne? Keine Ahnung. Ja gut, aber das werde ich nicht hinsetzen wahrscheinlich. Höchstens Explosivgeschoss, dass sie da bisschen ins Gesicht ballert. Könnten vielleicht, ja. Könnten, aber ich will's eigentlich nicht töten. Dann brauche ich wieder Munition dafür, ne? Und Munition brauche ich eigentlich auch. Ich weiß, wie ich's mit der Pistole berühren, ne? Den Scheiß wollte ich mir da eigentlich sparen jetzt. Und da ist ja nichts. Oh, scheiße. Da ist auch gar nix, ne? Vielleicht, dass dann irgendwas rumliegt oder so? Ich fühl mich unwohl oder was? Ja bitte. Wird nicht passieren. Weißt schon, das ist nix, wenn man Triceps nicht flext. Das ist nix. Schwierig. Ja, an sich war es ja nicht kacke, der letzte Try. Der war ja nicht schlecht. Aber... Ist auch nicht. Ich darf mich halt nur nicht hitten lassen. Ja, wow, cool. Boah, den Hunger habe ich auch noch. Was ist das? Höchstens, was ihr mit... Ja, weiß ich nicht. Aber sobald's Spinnen vormacht, dann ist ich vorbei. Ne, nix mal. Aber Shotgun war schon die beste Lösung jetzt am Anfang zumindest, ne? Ja, probieren wir's halt nochmal. Was ist da vielleicht irgendwie Heidormick oder so? Ne, nix sehen hab, ne oder? Was ich mit probier ist, wenn sie das komische Ding jetzt macht, in der Mitte, weil, wenn sie damit drauf schießt, was gibt's nicht. Vielleicht gibt's da extra damage oder so. Ich ne, 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 ne? Ich geh auch nicht so aus, irgendwie. Wie? Wie? Why, warum? You understand the love of parents or child? How can you deny me?! Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? Warum jumpst du jetzt wieder da rüber, hä? Ach, die wird jetzt das Dings-Pattern rausgefunden hier. Ich kann aber nicht. Wenn ich mir erfragen werde, ob die Shotgun wirklich mehr Schaden macht, wenn du close stehst. Ja, ich weiß ja auch nicht. Das nächste Mal. Jetzt schauen wir mal. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Jetzt sind wieder Spinnmodus. Ja, ich weiß nicht. Ach, fuck. Schlecht. Ich schwelte das selber. Oh, goh. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my house. Go on, rest now. The hell I will. Die, 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 die. Oh ja, du bist da. Was bist du denn jetzt wieder? Ja, die Dreckspinne jedes Mal, die verkackst jedes Mal. Weil ich nie weiß, wo es hinfliegt. Oh, wie's this? Oh, man. okay i can take any form i desire a bird ghost a bird even your love ah okay i've never seen a human live without a heart are you sure those forms they could do nothing to assuage my years of loneliness ever think the problem might be you veranda you're not capable of real love you're not capable of real love hahaha your life is over why do you still oh i has this fies so ne scheiße why won't you die i 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 he i i Ich habe versucht, er bleibt, damit wir alle wegnehmen können. Entschuldigung. Kapitän, Sie müssen das sehen. BSAA nicht senden Soldaten. Das ist eine Bio-Wepone. Was denken sie? Ordens, Kapitän. Entschuldigung den Rest des Team. Entschuldigung für BSAA-Europe-HQ. Niemand muss bezahlen. Niemand muss zäden. Niemand muss zäden. Krass, ja. Aber der Soldier Manager hat krasses Maskel-Shirt an, ey. Sieht man schon. Aber wie krass das einfach... Also selbst die Kleidung selber, wie die ausschaut, pervers einfach. Also grafisch... Pervers das Game. Das Spiel nochmal aus mir, aus Perspektive, 15 Stunden Gefängniszellen, see you later. Nice. Ja, wie bitter ist das? Dann sagt er da erst so, ja, dein Mann ist tot. Dann ist er doch wieder tot. Äh, dann lebt er doch wieder. Und bis er wieder zurückkommt, der Soldier Man, dann ist er wieder tot. Krass, krass, krass. Der Soldier Man, der Soldier Man, ist denn der Protagonist in Ritten in Evel 9? Ja, oder Mia? Vielleicht. Oder Ethan ist doch eine Tote. Also bitte, die kann bestimmt nur mehr. Du bist doch jetzt einfach so. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, Save our daughter! So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Kfries Fries Fries Bugs Aber ich weiß, dass das ein gutes Game war. Euer Fazit so von Resident Evil 8? Ja oder nein? Ich muss sagen, es war ziemlich geil. Hat sich ziemlich gelohnt. Die Story war geil. Who I was. And in the deep light. Aber ein bisschen mehr Horror jetzt da, Kinder. Das wäre nur gewesen. Es war ein bisschen zu wenig Horror drin, habe ich das Gefühl gehabt. Und das mit dem Bossfight mit dem Panzer, naja gut, naja. Geht. Because of you. I had. I had. Winters Legacy. Mhm. Hello Sora. Because of you. Da kommt da jetzt noch was, oder? Aber kommt da jetzt noch was, oder? Du hast du geholfen, wer du bist... Okay, wir warten. Stan Lee gleich sein Auftritt. Aber kein einzigen, oder? Ich wüsste nicht, dass irgendein Bug in dem Game war. Oder dass irgendwas mal gebugt hat oder irgendwie sowas. So, der reibungslos funktioniert das Game. Krass. Das ist ja immer noch grad die... Achso. Okay, okay, okay. Vielleicht hätte ich mir aufpassen sollen. Und fertig designt das Game. Ey, 21 ist halt echt krass, ne? Bis zum Ende hin, tatsächlich. Krass, krass, krass. Also wen es interessiert, ihr werdet wahrscheinlich... Ich schätz mal, ihr werdet irgendwie alle Folgen von dem Game noch auf YouTube hochladen. Weil dafür ist es einfach zu geil, dass man es nicht irgendwo festhält. 11 Stunden an, grad, ja. Ich wart seit... Warte. Ich wart, glaub ich, seit eineinhalb Tagen drauf, dass das erste Video auf 2K freigeschalten wird. Ja. Aber ich glaub, ich mach's... Ich lade's ganz normal auf dem normalen Channel hoch. Aber ich kann 11 Stunden, kann ich nicht hochladen mit der... Mit der Connection nie, Alter. Das geht nicht. So, wir die Töchter mal alle treffen. So, so. So, so. Die Insekten-Viecher. Entweder zu dir von oder von 144 Bego dann, ja. Synchro-Team sind 2 tot. Ja. Was ist da los? Sind das viele Infos hier? Was ist da los? 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 Vielen Dank. Ein weiteres Traum hat Ethan jetzt auch nicht geschadet. Mhm. Zehn Stunden. 43, echt. Was hat uns gemacht? Steaming 14, weiß es auch nicht. Winters Legacy, ja gut, ne? Da ist wohl so. Was ist dran, hm? Speedrun 1. Der war gerade eben. Ist schon vorbei. Der war so schnell. Hm? Neuer Schwierigkeitsgrad ist verfügbar. Ehrlich jetzt. Folgendes war ein Bonus. Boni Shop, Konzert, Modelle. Herausforderung gelistet. Abschlusspunkte. Ist ja für Boni eingetragen. Ja. Wir können jetzt im Boni Shop folgende Waffe erwerben. Aber Bild wär cool gewesen. Super. Beschlossen. Ja, er speichert. Ja, cool. Auch die beiden Achievements am Fahrtattack abgeschlossen. Paul Gehers. No Hit Blind, only Melee. Genau so. Hm? Seh ihm hier. Ach, jetzt kannst du die gerade... Aha. Okay. Messer kannst du jetzt auch und die Pistole vor ihm her. Oh. Crazy. Überleben. Ja gut, das waren ja die ganzen Dinge, die musst du ja machen, ne? Filme, Filme. Das war das. Was ist jetzt? Ah ja. Dorf der Schatten. Was ist das? Wohren schattet die denn alles oder was? Ja, irgendwie würde es mich interessieren, ne? Irgendwie würde es mich echt interessieren. In dem Spiel als Pistock dann... ...Kameo haben. Ja. Die Kommande. Untertitelung des ZDF, 2020